Die Siglu Bar ist seit über 20 Jahren der Ihm-Treff im Pizdal. Sie finden uns direkt neben der Riffelseebahn in Mandarfen. Neben einem tollen Angebot an Drinks serviert das Siglu-Team auch Gaumenfreuden aus der Pizza- und Pasta-Küche. Dazu Eiskreationen, Milchshakes und fruchtige Cocktails sowie hausgemachte Kuchen und Strudel. Die Abreschie-Bar ist täglich von 10 bis 3 Uhr früh geöffnet. Der junge, freche Mixhaus Abreschie, Chill-Out, Musik und Highlife gefällt Gästen aus dem ganzen Pizdal sowie Einheimischen. Am Abend genießt man ein kurzglas Wein. Wochenends immer ein Geheimtipp für Party-Tiger, Live-Musik und DJs sorgen für eine tolle Stimmung. Familie Walser und das Siglu-Team freuen sich auf ihren Besuch.